Heute bei Transfermarkt TV. Die Transferpläne der Bayern im Sommer. Dann möchte Real Madrid Erling Haaland verpflichten, möglicherweise im Tausch mit Luka Jovic. Und wir haben die wertvollsten Bundesliga-Profis nach dem Marktwert-Cut für euch. Das gibt es heute bei uns in der Sendung und wir starten mit unserem Top-Thema. Unser Top-Thema kommt heute von der Säbener Straße und dem FC Bayern. Hansi Flick hat ja seinen Vertrag bekanntlich verlängert, bleibt bis 2023 Bayern-Trainer. Auch Thomas Müller hat schon sein Otto unter den neuen Vertrag gesetzt. Also alles in Butter beim deutschen Rekordmeister. Und auch zwischen Hasan Salihamidzic und Hansi Flick soll es nach einer entsprechenden Aussprache keine Differenzen mehr geben. Und sie sind zu einem klaren Ergebnis gekommen. Und Ziel dieser Aussprache war eine Transferstrategie für den Sommer. Und die hat vier wichtige Eckpfeiler. Zum einen die Wunschspieler verpflichten, die Defensive stabilisieren, die Leistungsträger binden und auch ein wenig aussortieren. Wir schauen uns diese vier Säulen mal an und starten mit den Wunschspielern. Da wäre zum Beispiel ein Leroy Sané von Manchester City. Er ist ja schon länger auf dem Radar bei den Bayern. Flick sei auch nicht grundsätzlich gegen ihn, so wie es häufig geschrieben wurde. Und vor allen Dingen ist Sané dieser gestandene Profi. Man weiß, was man bekommt, auch wenn eine Verpflichtung natürlich wirtschaftlich vertretbar sein muss. Gerade bei seiner Ablösesumme. 100 Millionen Euro stehen im Buch. Der nächste ist Kai Havertz. Auch er soll angeblich 100 Millionen Euro kosten. Das Megatalent aus Leverkusen. Talente und die Bayern sind ja so immer eine Sache. Wahnsinnig teuer auf jeden Fall für diesen jungen Mann. Es gibt ja auch noch gute Kontakte nach Leverkusen. Mal schauen, was die Alternative Havertz bringt. Und der dritte im Bunde, das ist aktuell der günstigste, Timo Werner. Denn durch eine Klausel im Vertrag würde er nur 60 Millionen Euro Ablöse kosten. Er passt wohl am besten auch in Flicks Pläne, da er gerne einen zweiten Stürmer neben Robert Lewandowski haben möchte. Wir haben euch gefragt, wer passt denn am besten zu den Bayern und wen sollten sie holen? 48 Prozent, also knapp die Hälfte, sprechen sich für Leroy Sané aus. Timo Werner dagegen nur bei 19 Prozent. Und Kai Havertz kommt immerhin auf ein Drittel aller Stimmen. Also das die aktuelle Tendenz, wen der FC Bayern holen möchte. Alle drei Spieler passen natürlich hervorragend zum FC Bayern München. Laut Sportbild möchte man aber aufgrund der aktuellen Situation nur einen der drei verpflichten. Auch die finanzielle Seite spielt da natürlich eine Rolle. Und ihr könnt abstimmen. Wen soll der FC Bayern München holen? Könnt das einfach unter diesem Video hier machen. Mit dem Buchstaben A beispielsweise in den Kommentaren. Stimmt ihr für Leroy Sané? Mit B für Kai Havertz? Und mit C für Timo Werner? Und wenn ihr mögt, dann schreibt doch einfach eure Begründung dahinter, warum der FC Bayern euren Spieler holen möchte. Wir machen weiter mit der nächsten Säule und das ist die Stabilisierung der Defensive. Es ist aktuell gesucht ein Rechtsverteidiger, ein Innenverteidiger und auch ein linker Außenverteidiger, um ein bisschen mehr Breite in den Kader zu bekommen. Top-Gerücht aktuell und auch schon seit einigen Wochen. Das ist ein junger Mann von Ajax Amsterdam aus der niederländischen Eredivisie. Serginio Dest. Er hat sich einen Stammplatz erspielt. Auf der rechten Abwehrseite hat Masraoui verdrängt, der ja lange Zeit dort gesetzt galt. Auch in der Champions League stark gespielt hat. Er hat auch schon fünf Vorlagen in der Eredivise gegeben dieses Jahr. Wirklich schnell und auch technisch stark. Und vor allen Dingen ein Riesenpotenzial, denn der Mann ist erst 19 Jahre alt. Das Binden von Leistungsträgern eine weitere Säule, auf die die Transferstrategie des FC Bayern aufbaut. Thomas Müller hat ja bereits verlängert. Und jetzt sollen weitere wichtige Stammspieler einen neuen Vertrag unterzeichnen. Zum Beispiel Manuel Neuer, da hakten die Gespräche angeblich aufgrund der Vertragslaufzeit. Auch über ein mögliches Interesse vom FC Chelsea wurde da spekuliert. Der nächste ist David Alaba, der sich hervorragend präsentiert hat in der Innenverteidigung in diesem Jahr. Hat ja seinen Berater gewechselt. Wird nun beteuert von Pinas Zahavi. Real Madrid und Barcelona angeblich die Interessenten des Österreichers. Und der dritte im Bunde ist der Spielmacher Thiago. Da stehen die Zeichen wohl auf Verlängerung. Er steht wohl kurz vor einer Unterschrift bis 2023. Also dann hätte man auch den Spielmacher auf der Sechs an sich gebunden. Auf der anderen Seite möchte man auch ein wenig aussortieren. Und zwar sollen diese drei Herren hier den Verein verlassen. Zum einen Jerome Boateng. Aktuell ja gesetzt neben Alaba. Aber es wird immer wieder über einen Abgang spekuliert. Angeblich sollen Chelsea und Arsenal interessiert sein. Coco Tolisso, der nächste. An ihm ist angeblich Inter Mailand dran. Und wohl auch laut Daily Mirror, Arsenal und Manchester United. Der zentrale Mittelfeldspieler, der sich nie richtig durchsetzen konnte bei den Bayern. Und Nummer 3, Javi Martinez. Da gibt es aktuell Gerüchte um eine Rückkehr nach Bilbao. Und angeblich ist auch der FC Getafe an seinen defensiven Qualitäten interessiert. Diese drei Herren also auf der Streichliste des FC Bayern München. Und dann haben wir ja noch einen weiteren Spieler, über den wir jetzt gar nicht en Detail gesprochen haben. Philippe Coutinho, aktuell ja ausgeliehen vom FC Barcelona. Man kann ihn fest verpflichten. Allerdings ist die Tendenz wohl gegen eine Verpflichtung aktuell bei den Bayern. Also Coutinho sozusagen auch noch ein Baustein in diesem Kaderplan-Spiel. Wir haben euch gefragt, oder ihr seid natürlich gefragt, passt das so beim FC Bayern? Oder sollte man weitere Verträge verlängern? Zum Beispiel auch mit diesen drei Jungs hier. Und ihr habt euch geäußert und unser User hat eine interessante Meinung dazu gehabt. Das ist Diego04. Er hat gesagt, wenn man kein Geld hat für die Transfers, kann man doch ruhigen Gewissens mit Boateng oder Martinez als Backup verlängern. Einen Mai gibt es auch noch. Und ansonsten gäbe es als Backup sicher auch billigere als einen Upamecano. Also Diego04 plädiert für eine Verlängerung von Boateng und Martinez. Was meint ihr dazu? Sollte man auch mit diesen verlängern oder passt die Streichliste? Lasst es uns gerne wissen. Wir sind in der Gerüchteküche und der Mann hier hinter mir, Edinson Cavani, spielt seit 2013 bei Paris Saint-Germain und hat seitdem 200 Tore geschossen. Im Sommer wird wohl Schluss sein, denn er soll angeblich am Saisonende zu Peñarol nach Uruguay zurückkehren. Und das wissen wir aus sehr sicherer Quelle. Denn ein enger Freund und Peñarol-Club-Chef Christian Rodriguez sagte, er wird zu Peñarol kommen, mehr kann ich noch nicht sagen. Ich habe die Befugnis, über Edi zu sprechen. Sie können ihn aber auch gerne anrufen und ihn selbst fragen. Also das klingt ziemlich eindeutig. Ein weiteres Indiz für einen Cavani-Abgang ist die mögliche feste Verpflichtung von Mauro Icardi. Denn laut der Corriere dello Sport möchte Paris Saint-Germain gerne die Kaufoption ziehen, Die Ablöse liegt dann wohl bei 70 Millionen Euro. Icardi ist ja gerade ausgeliehen nach Paris. Der BVB bereitet sich weiterhin auf einen möglichen Abgang von Jadon Sancho vor. Und sie hatten schon mal einen Spieler auf dem Zettel, den sie jetzt wieder rausgekramt haben. Und das ist Everton von Gremio Porto Alegre. Der BVB möchte unbedingt in die Pole Position und den Offensivspieler verpflichten. Er hat zwar erst bis 2023 in Brasilien verlängert mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro. Doch Gremio muss aufgrund der Corona-Krise wahrscheinlich ein bisschen haushalten. Und da könnte man schon ein wenig runtergehen von dieser Summe. Lautaro Martinez begeistert nicht nur Barcelona, sondern auch die Königlichen. Laut der Maße hat sich jetzt aber auch Erling Haaland ins Herz von Real-Präsident Florentino Perez gespielt. Er schwärmt vom jungen Norweger, der beeindruckend in Dortmund eingeschlagen ist. Also Martinez nun nicht mehr die Nummer 1, sondern Haaland bei Florentino Perez. Die Idee, ein Spielertausch mit dem BVB. Haaland nach Madrid und die Dortmunder bekommen dann Luka Jovic, der nicht mehr der Alte zu sein scheint, aus der Frankfurter Büffelherde. Kam ja erst im Sommer 2019, spielt seitdem nicht wirklich eine Rolle. Der FC Chelsea möchte gerne Antonio Rüdiger langfristig an den Verein binden. Laut Sky Sports möchte der Klub demnächst die Gespräche suchen. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2022, allerdings gebe es wohl großes Interesse aus Deutschland, namentlich vom FC Bayern und auch vom BVB. Rüdiger seit 2017 bei Chelsea kam damals von der AS Rom. Koray Günther ist aktuell vom FC Genua an Hellas Verona ausgeliehen und bereits im nächsten Jahr könnte er schon wieder das Trikot wechseln. Laut ABC de Sevilla gibt es Interesse vom dort ansässigen FC und wohl auch von Bayer Leverkusen. Günther kommt ja aus der BVB-Jugend, hat ein Bundesligaspiel für die Dortmunder bestritten. Diese Saison gibt es schon 22 Einsätze in der Serie A für ihn. Sein Marktwert liegt bei zweieinhalb Millionen Euro. Kommt es zur Reunion von Douglas Costa und Pep Guardiola, denn angeblich möchte der Coach seinen ehemaligen Außenstürmer nach Manchester locken. Beide kennen sich ja bestens aus Guardiolas dritter Bayern-Saison, als sie zusammen das Double holten 2016. Seine Stats unter Pep gar nicht so schlecht. 43 Spiele, sieben Tore und 18 Vorlagen. Mögliches Tauschobjekt für City oder für Juve besser gesagt wäre Gabriel Jesus. Wohin verschlägt es David Silva? Fest steht, er wird Man City im Sommer verlassen und lange galt ja ein Wechsel zu David Beckhams Inter Miami als erste Adresse. Calcio Mercato berichtet nun, dass der AC Mailand ein Auge auf den erfahrenen Spanier geworfen hat. Bleiben wir mal gespannt. Diego Carlos vom FC Sevilla kam erst im Sommer aus Nantes und schlug gleich einmal voll ein. 25 von 27 möglichen Spielen in La Liga absolvierte der Innenverteidiger und überzeugte so sehr, dass Jürgen Klopp und der FC Liverpool wohl ein Auge auf ihn geworfen haben. Kloppo braucht ja auch immer noch eine Alternative für Dejan Lovren. In unserem heutigen News-Ticker schauen wir nach Berlin. Denn nach einem Bericht der Bild und des Kickers wird Bruno Labbadia mit sofortiger Wirkung Trainer von Hertha BSC und soll demnach auch Alexander Nuri bereits in dieser Saison ablösen. Lediglich die Unterschrift fehlt noch und vor allen Dingen soll der Vertrag bis 2022 laufen. Also gleich mal ein Zwei-Jahres-Vertrag. Man hatte auch versucht, Ex-Profi Niko Kovac von einem Engagement zu überzeugen. Das scheiterte jedoch erneut. Vor ein paar Tagen hatten wir ihn noch in der Gerüchteküche. Nun können wir einen Haken dran machen. Bayer Leverkusen verpflichtet Lennart Grill vom 1. FC Kaiserslautern. Der 21-Jährige erhält bei der Werkself einen Vertrag bis 2024. Ablöse laut der Bild rund 2 Millionen Euro. Der Transfer von Alexander Nübel zum FC Bayern steht ja auch bereits fest. Der Noch-Schalker hat sich jetzt aber nun aufgrund der Corona-Krise bereit erklärt, im Falle einer Saison-Ausdehnung auch länger auf Schalke zu bleiben. Geklärt werden müsste dann aber die Gehaltsfrage. Denn bei den Bayern würde er ab 1. Juli deutlich mehr verdienen als auf Schalke. Und auch Real Madrid wird das Gehalt ihrer Profis um 10 Prozent kürzen. Darauf haben sich Mannschaft und auch die Vereinsführung geeinigt. Von dem eingesparten Geld sollen die finanziellen Einbußen der zahlreichen anderen Mitarbeiter des Vereins gemildert werden. Und zu diesen Profis zählen unter anderem auch die Mannschaft der Basketballer. In unserer Statistik des Tages schauen wir heute in die Bundesliga. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, aufgrund der aktuellen Corona-Krise haben wir einen Marktwert-Cut vorgenommen. Das heißt, Spieler bis zum Geburtsjahr 1998 bekommen 20 Prozent ihres Marktwerts abgezogen und alle Jüngeren 10 Prozent. Und das bringt uns die Statistik des Tages, nämlich die wertvollsten Bundesliga-Profis. In der Top 5 auf dem letzten Platz. Timo Werner mit einem neuen Marktwert von jetzt 64 Millionen Euro. Die 4, Serge Gnabry vom FC Bayern, 72 Millionen Euro. Auf der 3 haben wir dann Erling Haaland von Borussia Dortmund. Mit dem gleichen Marktwert, aber durch das jüngere Alter Haaland einen Platz davor. Kai Havertz ist nun 81 Millionen Euro wert und somit auch der wertvollste Deutsche. Das war vorher Leroy Sané. Und die Nummer 1, Jadon Sancho vom BVB mit jetzt einem Marktwert von 117 Millionen Euro. Das sind die wertvollsten Bundesliga-Spieler nach unserem Marktwert-Cut. Und der einzige Profi in den Top 20 der wertvollsten Bundesliga-Spieler, die nicht in einem Champions-League-Team spielen, heißt bei den Bayern, beim BVB, bei Leipzig und Leverkusen. Das ist Dennis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Sein neuer Marktwert liegt jetzt bei 36 Millionen Euro und er ist damit auf Platz 20. Das war's für heute bei Transfermarkt TV. Aber ihr seid natürlich jederzeit gefragt, bei uns zu kommentieren. Unter den Videos auf YouTube, bei uns im Forum, tauscht euch untereinander aus. Und dann nehmen wir euch, wie ja heute auch gesehen, gerne mit in unsere Sendungen. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von unseren Videos, dann habe ich hier einen Tipp für euch. Da gibt es alle Infos und Hintergründe zu unserem Marktwert-Cut. Und hier unten gibt es eine Folge TM-Knows, warum man zu Manchester United nicht Man U sagen sollte.